Und Yannick gleich noch nackt schlafen. Oh ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. So ne Bramse hab ich da zu ihr in die Ecke gescheucht. Hatte sie was zu futtern, da hat sie mir gedacht, sie ist die ganze Zeit leckig geblieben. Das ist eine schöne Zweisamkeit. Ja. Das ist nett. So, wir sind im Spinnengebiet. Bleiben wir hier? Ja. Ey, hast du auch schon wieder Voice Chat was mäßig gehört? Oder was ist grad bei dir, weil du eh gemacht hast? Also links hab ich Schlüssel gehört. Ja, was hab ich auch gehört? Schlüssel hab ich gehört. Ja, ja, ich hab Voice Chat hab ich auch gehört. Achtung, Pferd. Ja, da vorne ist eine Hive. Aber egal. Eigentlich würd ich mal nur Weak die noch schaffen, aber egal. Sonst. Sonst lass uns einfach nach rechts gehen. Wegen Spindel müssen weh da hin. Ja. Die meisten wollen eh den neuen machen. Ja, für die, die den noch nicht gemacht haben. Hand war ja dieses Wochenende auch... Ich glaub Hand ist dieses Wochenende free to play. Echt? Meint. Meint. Meint ich sogar, ja. Oh. Ja, weder war es dieses Wochenende oder letztes Wochenende? Eist vorbei, auf jeden Fall. Oh, Hunde. Okay. far sìst du? Eine Hive? Ne, Wunde. Auch Wunde, achso. Da kommen Zombies. der ist für dich dahin guckt hat man hinten sind für dich danach aus dass ein bespieler oder welche gekillt haben ist so deko wurde hinten da ist ja so eine brennende leiche das kann auch deko sein aber ich weiß es halt auch nicht müssen wir da überhaupt ja wir müssen da sowieso eben für den hinweis deswegen kann ich mir vorstellen dass das auf jeden fall passt soll ich gucken gehen nee es ist deko das ist holz was da brennt hier ist die wir sind schon wieder im spinngebiet oberen titel uns ober ja oder hecke kommen auf einmal drei zombies um die ecke fahrt die gesellschaft hinter dir hinter dir hinter dir was da draußen noch los ist warum ist eigentlich immer vor dieser einen tür mieter immer und geld kann man die zu genug kriegen geld nämlich ich kann die ich kann ich nur so ein bisschen dp wenn ich die maden nämlich anzündet ja stimmt das brauche ich meine quest das ist 20 mal wachen doch bis morgen oh stimmt naja man kommt auf drei band und zwei mal sogar hat zweimal gezählt wir sind warum haben wir nicht immer so ein glück und sind immer beim boss gleich was du mir tatsächlich ja okay liebe zuschauer vergesst meine aussage von gerade dass wir okay diesmal nicht beim boss ja sagen vergesse schnell habe ich nie gesagt ich bin am überlegen das schnell reinzugeben die aber zu luka ja ich gebe die deckung sonst wenn du das machen möchtest heute aber immer und einmal auf den eingang zu es wird das hat fast geklappt mit warte die jemals die geräusche ja das war gerade widerlich ich gehe erst mal verstecken hier in der ecke ja da registrierkürze wieder eine wartefolge ja ist doch cool so was ist halt normal in hand es kommt dann vor also jetzt haben wir zwei mal hintereinander das glück schriftlich pech gehabt dass wir den boss direkt gefunden haben jetzt natürlich ein unterschied hell und doppel boss das kann natürlich hat wieder heißen dass sich alles wieder verschiebt auf zwei gegner spinne ist unbeliebter das wissen wir aber wenn wir jetzt zum beispiel direkt die spinne machen würden dann würde das für die meisten heißen guck mal beute direkt wie sie gar nicht mehr warten kein problem hier sind noch laterien also wenn der mieter gleich wieder maden hat man kann man die noch mal anzünden aber macht mir halt auch gut zauern das ist ein nachteil stimmt aber wir würden noch ein bisschen ich gucke mal nach einer bärnfalle ob wir dann wie gut ich finde ich glaube das wäre auch praktisch bei der ganzen eingehen hier unten wieder ja ich guck mal kurz nach dem mietheld der hat halt schon wieder ziemlich viele maden ne ja ich habe auf jeden fall eine landfalle ja bei dem großen eingang beim mieter marian hin ja was sogar sogar zwei nebeneingang hier oben da wo die leiter ist dieser nebeneingang da bin ich auch hochgegangen hier da in der ecke da stimmt dann sehen die den nämlich nicht wenn sie dann hochgehen das stimmt das macht gedacht also haben wir jetzt noch zwei eingänge so gesehen die sohle und rechts und unten geradeaus also soll ich für dich werfen und soll ich nicht für dich werfen einmal gedruckt ich meine ich habe die quasi nicht mehr eigentlich aber für unsere ep ist halt geil weil ein so eine scheiß made bringt einfach mal 10 ep ist auf jeden fall wichtig für sonst können wir unsere t-shirt wenn man nicht rausbringen wird für die ep wenn wir sich gelingen nur für die ep alles für die ep okay aus westen kommen wir in verschlüssel aber noch leise warum ich habe einfach nur kritisch kack waffen ich glaube meine zweitwaffe ist sogar stärker als meine erdwaffe ich habe als erstwaffe diese neckel ich habe die kettwille zweitwaffe habe ich eine kettwille pistole ich habe die doppel reifen bei ewig war vor allem sogar für nahkampf das stimmt nach der kettwille aber ohne fächern ist eine kettwille nutzlos letzte runde der typ hatte auch glück dass seine kettwille gehabt hat nicht heftig die reifen damit konnte er mich halt einen schoß weg ballern klar so eine shotgun direkt vor einem ist natürlich dann ziemlich ausschlaggebend die schüsse kommen näher ist hier eine lücke der mieter ist tot alles für die ep irgendwie gefühlt unter uns ein bisschen weiter links noch halt musst du unter ach da neben mir ok meine hände sind schon hier so schwitzig ja jetzt geht's grad wieder also jetzt hat sich wieder ein bisschen berührt aber am ende war bei mir auch wieder ziemlich voll alles klar gibt's versuch oder somit er heute holi Bernd, weißt du das auch? Hast du dich muted? Bernd! Ja? Okay, jetzt. Ich hab mein Kabel nämlich ganz... Reicht, wenn du einen Millimeter da raus siehst. Ich hab irgendwie... Ich hab mir so gedacht, okay, jetzt hast du dich muted oder so. Den Sound hab ich nicht gerade gehört. Deswegen dachte ich, okay, was weiß ich, Nase, Schnauben, Hosen oder was weiß ich, was du gerade machst. Ja, ich musste spontan wichsen. Wack, hast du geil. Die Geräusche, ne? Ja. Sind schon erotisch. Ich bin aber so ein Schnellkommer, deswegen nach fünf Sekunden konnte ich weiter mit dir reden. Jetzt habt ihr mein Geheimnis erfahren. Ich bin ein Frühkommer. Ich komme eigentlich immer pünktlich, aber... Außer am Bett, da komm ich zu früh. Ha! Oh Gott. Ja, ich... Ich freu mich ganz selber. Er singt für sie nach das Niveau. Ja, ich bin ja auch Baller-Beeren, ne? Du bist Baller-Beeren, das stimmt. Das freu mich jetzt schon. Das freu mich jetzt schon. Nimmst du Schaue, wenn ihr schon ein... egal ist sein, bist du natürlich schon gemacht habt, dann brauche ich... Egal. Aber wenn noch nicht, also ungegale Künstler, da macht ihr gerne ein Logo für Baller-Beeren, was ihr euch doch vorstellt. Und dann, äh... Auf Twitter, äh... Add... Add... ...Furious-Earned. Furious-Earned, oe. Genau. Wir sind auch in der Videobeschreibung geschrieben. Ja, genau. Und da könnt ihr sonst auch Memes und alles über Sven reinstellen. Wenn ihr Bock habt, stellt da ruhig alles rein. Ja, schreibt uns, worauf wir Bock haben. Wird so was fit findet. Mega nice. Also kein Zwang, wir... Was so. Prosti. Neben uns natürlich! Neben uns, genau! Oh, Bernd! 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 Du siehst den Ausgang. Ja. Du kannst dir auch vorstellen, dass die Assassinen hier vorbeilaufen. Ja. Lass sie wegmachen und dann abhauen damit. Mit der Assassinenbeute? Ja. Ohne Spinnenbeute einfach abhauen? Ich glaub, das wär zu gewagt, oder? Ja. Also wir werden auf jeden Fall gleich ganz viel Geballer hören. Wir können ja gucken, wenn wir ganz viel Geballer hören. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass dann wieder ein Team-Battle grad war. Auch gut möglich. Das kann auch sein, ja. Das waren ja einige Schüsse. Wir können ja erstmal abwarten, was... Ja, genau. Was es so ergibt. Vielleicht denken die sich ja auch, oh, hier, da... Ja, lass die Spinnen machen, dann machen die die Spinnen und währenddessen machen wir die weg. Vielleicht denken die sich so, oh, den Hinweis nehmen wir doch eben mit für die IP halt. Und hauen dann ab. Und dann lokalisieren die Spinnen und denken sich so, oh, Spinnen können wir auch machen. Und dann kommen wir und bumsen die in den Arsch. Oh, ja. Geil, Catbill-Fisting, Mann. Ja, Catbill-Pistolen-Fisting. Mit dem Lauf in den Arsch und dann... Pow! Ich sollte aufhören, solche Sachen zu sagen, oder? Also, wenn ihr auch perverse Memes habt, gerne Bernd Schick. An mich. Ja, hier sind aber auf jeden Fall irgendwie Schüsse. Ja, in die Richtung. Ich sehe aber Hunde, also was ist so ein Käfig. Die haben noch nicht gebellt, also lass noch ruhig. Dann wird das wahrscheinlich beim Assassinen sein, ne? Ja, dass vielleicht ein Zombie kam, weil es jetzt ein Einzelschuss war. Okay, doch nicht. Tees ist über den Haufen geworfen worden. Aber das Problem ist natürlich auch, wenn die gleich die Assassinen aufheben, ne? Die sehen uns dann ja auch. Stimmt. Aber wir sehen sie auch, also im Notfall... Die sind es besser als wir sie, aber... Es ist nicht möglich zu gehen. Da müssen wir. Was habe ich eigentlich so dabei? Ich habe noch eine Lebensmittelspritze. Äh, Lebensmittel. Ha, davon sage ich immer Lebensmittel. Ich habe eine Ausdauerspritze dabei. Ich nehme dann so eine Mauer... Ich habe so eine Mauer am Spritze. Jage ich mal rein, dann geht es mir besser. Ich habe keinen Werbung für Mauer mehr. Hm. Ich habe keine Mauer. Ich habe keine Mauer. Du bist doch noch so einer der nebenbei Fernsehen guckt, ne? Jetzt gerade nicht, aber das habe ich manchmal. Ja. Macht Mauer am eigentlich noch Werbung? Sehe ich tatsächlich nicht. Also wenn, dann sehe ich es nicht. Also so... Ich habe, wenn ich das nebenbei meistens an habe, dann ist es irgendwie so pro 7 mäßig oder was... Max Richtung oder so. Ah. Kann natürlich, ich kann es mir halt vorstellen, dass vielleicht bei, ähm... Weißt du so, SuperHL Togo oder was es so gibt, irgendwie so... Okay, da könnte es vielleicht noch sein. Oder so, das sagen wir was. Okay, Gravi! Jawohl. Oh, wir wollen auch eine Gravi wirklich töten. Dass das irgendwie so in der Richtung ist, äh, gibt es natürlich andere Werbung noch. Aber ich weiß nicht. Ja, okay, das stimmt. Da kann es sein. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Weil da natürlich, äh, das ist natürlich die junge Zielgruppe. Ja. Und so zwischendurch auch coole Filme laufen. Da läuft manchmal... Das lief letztens, so habe ich morgens auch Togo angemacht, da lief da einfach Asterix und Oberlix morgens am Frühstück. Okay. Auch geil. Die schönen Klassiker wieder zu sehen. Danke schön. Und da lief da irgendwas mit Thomas und die Lokomotive. Und Thomas und seine Freunde. Und die konnten sprechen. Und ich bin fest der Meinung, dass sie früher nicht sprechen konnten. Aber Leute, vielleicht wisst ihr das, also in die Kommentare damit. Konnte Thomas früher auch schon sprechen? Ich glaube schon. Ich glaube, da gab es so keine Animation für. Nein. Ich glaube, es gab Animation, aber die Züge an sich haben nicht gesprochen, sondern das war ein Redner, der die ganze Zeit irgendwie geredet hat. Stimmt! Und? Ja! Ja! Vor allem da gab es auch neue Züge, da gab es jetzt auch weibliche Züge und irgendwie ganz... Ja, also ich weiß damals noch Thomas, da gab es den Grumpy Zug, der total schlecht gelaufen war. Mit dem Viereckigen? Ja... Gesichter? Äh... Thomas... Ähm... Also, ja... Thomas... Thomas gab es einmal. Tommy... Tommy gab es... Tommy war der braune. Der Quotenbraune. Ähm... Aubertzügen, ey. Schlimm. Es gab auf jeden Fall drei grüne, drei blaue und die... halt den kastigen braun. Früher. Ja. Und jetzt gibt es halt... keine Ahnung, was es jetzt gibt. Es gibt rote Züge jetzt auch noch und... Klar. Orangene Züge und... Ja, ne, nur so... Was ist damit passiert? Orangene Züge? Damals... Meinerzeit gab es das noch nicht. Nö. Es ist auch jetzt halt alles animiert und sowas, ne? Ja. Was es in der Zeit auch noch nicht gab. Zu unserer Zeit, Bernd. Nö. Ich hab heute... Ähm... Es gab eine neue Statistik über Fußball rausgekommen. Weißt du, wer der drittbeliebteste Fußballverein ist? Alle anderen weiß es nicht, wo die gelandet sind. Aber ich hab gelesen, wer der drittbeliebteste Fußballverein sein soll in der Bundesliga. Der wie Leipzig? Ja. Ja, hab ich auch gelesen. Und Rainer Kalmon fand das auch noch cool. Ja, sicher von der... Was machen die da jetzt noch? Haben sie... Haben sie da Leute in der Nähe, oder wie? Oh Gott, ich folge mich schon. Worauf? Nix, nix. Aber da ist grad jemand... Aber da hast du... Egal. Will ich nicht drauf eingehen. So, aber die... Hast du mit dem Stress zu tun? Nö. Achso. Tatsächlich nicht. Da kannst du da ja auch weiter drauf eingehen. Nö. Da drobst du einen Spoiler. Für was anderes, oder wie? Kann sein. Will ich ja nicht sagen. So wäre es ja gespoilert. Wenn ich sogar sagen würde, wo es ein Spoiler wäre, dann wäre es ja auch ein Spoiler. Weißt du? Ah, stimmt. Ja. Für die Zuschauer ist kein Spoiler mehr, aber für dich. Das ist ja auch wichtig für das Projekt zum Beispiel. Oder auch nicht, wenn wir jetzt kein Projekt machen oder so. Ah. Die kommt immer rein. Ne, ich weiß. Aber die bewegen sich noch, oder? Ja, so hin und her. So innerhalb von Gebäuden, so wie wir hier in diesem Gebäude hier, so ungefähr. Ah. Ah. Boah. Zu, zwei, zu. Also gerade habe ich ein bisschen so das Gefühl, ganz ehrlich, wenn die herkommen, lass uns die weg machen, dann die Spinne. Das Gefühl habe ich gerade, weil gerade passiert gar nichts. Ah. So. Vielleicht haben sie aber auch vor der Tür irgendwie Leute stehen, ne? Ja, kann natürlich gut sein, dass sie so, wie wir das hatten, mit den, äh, irgendwie so ein Sprachcheck gehört haben und dann haben sie sich gedacht, ne, muss ich sagen. Aber die sehen halt ja auch, ne? Ja. Weil ich fand das noch cool, die eine Folge, wo wir da mit dem Fahrschild abgehauen sind. Ja. Die war mega nice. Okay. Okay. Ah, jetzt, jetzt ist Action da. Okudavi, nein. Ne, Gravi. Direkt wieder vergessen. Aber das Positive ist ja, also, dass sie jetzt so lange da brauchen, ne, das ist mega gut. So? Weil, weil die, dann drücken die sich zwischendurch bestimmt eh, und dann brauchen die dann auch, dann können die uns nicht mehr sehen. Und dann machen wir die weg. Still. Bam, Junge. Ah, Janik, du cleveres Tierchen. Ja, manchmal weiß ich auch was. Hä 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 Also gerne angucken. Also da wäre ich vorgesessen und gedacht, boah, alter, krass. So viele Leute. Nachher guckt da fünf Leute oder so. Und jetzt habe ich mir so auf dem Haul abgelassen. Und da bin ich doch voll ruhig, ey. Da bist du deine Freunde. Oh, die waren gerade am Rand. Ich glaube, die könnten sie da. Okay, doch nicht. Ne, ist auch intern, ist noch ein bisschen Gespräch da hinten. Also mein Gefühl ist gerade wirklich, okay. Gerade machen sich so viele Spieler gerade gegenseitig weg. Wir können gleich die Spinne machen. Selbst wenn wir die nicht kriegen, machen wir danach die Spinne. Sonst wäre es ja eh. Weil wäre mir nichts zu verlieren. Das stimmt. Aktuell ist das mega nice. Jetzt kommen sie. Ja. Zu 2 zu 4 zu 6 zu 8. Kommt die hier her tatsächlich? Obwohl, ja. Vorbereiten. Wir sind gar nicht weit weg von uns. Ja. Ja, die Hundebellen. Hunde und SW. Die haben die Hunde im Brand gesteckt, ja. Die kommt direkt auf uns zu, wegen dem Hinweis. Nicht bewegen, Band. Nicht bewegen. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Leute. Wissen sie, dass wir hier sind? Ne. Ich glaube, die wissen aber, dass die Spinne da ist. Unter uns glaube ich. Ne, noch nicht. Aber die hören die Späten auch. Ja. Töten jetzt die ganzen Zombies oder wie ist das? Genau bei uns. Sind aber Level 2 Spieler auf jeden Fall. Oh, Stufe 2 Spieler? Ja, der eine sah auf jeden Fall danach aus. Ah. Ich kann mich getäuscht haben, er sah zumindest so aus. Und dann war's. Oh. Wissen sie sich aus. Hier Kanal. die sind noch hier der eine ist da der eine ist noch da der andere ist aber schon in richtung weg aber hier können wir hier können wir nicht raus dass du jetzt das machen wo direkt geradeaus hier recht erst dann ja der ist auf dem besten auf dann der andere spieler n w n w n w n w n w n w n w n w n w n w w n w n w n w n w n w w n w jahre ihre deckungutto braunen macht gerade noch ein spieler entdeckt der ton der entdeckt und der screening noch mehr spiele andere kurz ist für mich im heilen er kommt er will abhauen er haut ab er hat nur einer ist nur der links sehen rechts weiter links 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 ist auf dich gerichtet ich weiß nicht wo er ist ich hab auch nur noch 14 sekunden 4 sekunden meine ich mach mal 360 grad und ein hund ist rennt auf ihn zu ein hunder rennt auf ihn zu nw nw hier bei mir ja du kommst von links aber und noch da der hund war richtig am packen ich könnte dich töten so guck du mal in der runde ich habe nämlich nur noch drei alles gut spinne aus rauben aus rauben aus rauben stimmt ich hab nicht gemacht ich glaube du hast beide gekillt oder ja den einen habe ich um die ecke gemacht hatte ich aber glück also wie gesagt also leute auf den anfingerten an den kämpfen hat mega nice bei dem haben wir jetzt auch glück weil der hund hier halt war ja es war mir glück der hund die noch gewittert hat das war einfach so der war hier bei dem anderen leiche lag hier noch eben ja genau da genau gucke macht ja nicht so gut wenn ihr waffst du ja wenn viel zeilen uns mir egal jetzt habe ich also ich habe noch mal geguckt hat noch alles gut wollen wir die spinne ja machen wir jetzt mein gesellschaft hier darf ich nicht hoch wir fassen eine bärenfalle gelaufen wo du selber noch gesagt hast du bestimmt eben kommt auch reichen dafür mega mit die gewähren für das oft wenn er dadurch auf jeden fall da wirst du eher ein gast gewesen die führt mich wieder rausgebracht okay ich komm woanders mal rauf mal rauf bett bin da alles klar gucken wir mal alles gut oh gott die kam von unten ich habe mich vergiftet ich sehe die nicht das ist auch feuer empfindlich wir haben wir sonst ein paar lampen ja sonst ist ein faktor schicht auf die rechte sonst ich die linke recht da kommt kommt red nice hey digga und musik geht hier gar nichts kein spieler gut über uns ich werde wieder durchs feuer gelaufen nette spinne von nebenan jetzt auch eine lampe das machen wir die auch noch mit der lampe hier bisschen weg gehen davon ich ziehe schon mal auf die lampe wo bleibt die spinne bei mir ist auch noch eine lampe ich habe nur noch zwei schluss auf die waffen muss gleich mal nachladen gehen keine an der nähe kacke vergiftet die lief direkt auf mich zu ich hatte kurz panik ja ich hab das auch gerade gehabt sie ist jetzt auch aggressiver die spinne ja auch wieder reingelaufen da haben wir mal runter wegen meiner muni ich habe keine aber oben sind so dass diese lampen zum separat werfen ja habt ihr angezündet nice und tot hier ist auch eine muni kiste auch meins wo sind die jetzt äh hast du sie gefunden jetzt sag mir nicht irgendwo an der decke wie geil wird das denn voll der bug wir können die die aufheben am besten auch in irgendwie so im zwischenraum ja wie zwischen den wänden oder so ja ach hier ach da ok ich gucke einmal alles gut alles gut ja ich habe keine sekunde mehr bei mir ist alles aufgebraucht ich habe noch fünf oh baby du kriegst ja gleich fächern mhm spielcharakter schon wieder darauf noch mal musik hier die musik ist auch schon schnell hier ne das ist ja scheiße die aus dem film vor der warte vor allem wenn du da ran stehst und hörst du das knistern von den schallplatten auch meine hände sind immer noch schwitzig so ist eigentlich jemand in der nähe hier ne ne also ich hab grad getastet guck mal äh ne das all in quiz sehr aufwendig ähm bisher krasses video berth hat aber gut abgerockt bisher ähm könnt ihr gerne reinschauen in der letzten folge mhm da warst du richtig krass da hab ich die kills gemacht genau aber dies ja ok sagen wir das so ich hab ein anderes thema grad aufgewendet hast du mich kurz nicht gehört ne ich hab dich kurz nicht gehört ich hab gesagt es geht um die letzte folge ne ich hab gesagt im letzten quiz warst du voll gut und so ja ich hab mega die case gemacht holger und sven ach so ach so ach ok holger und sven sind deswegen nicht mehr da äh berth hat sich gekäht damit er erster wird ja wissen bescheid findest du cool findest du cool dass ich die beiden ausgeschaltet habe oder wie ja ach hier ist noch ein medikett übrigens draußen ach ich bin voll live ach Hilfe echt ja warte mit der da viele machen können könnte auch ich könnte denken dass ich auch ganz jetzt hier draußen einfach rum zu ballern das ist übrigens ein pro tipp macht das nicht wir werden die pros sein während wir haben jetzt dritte mal krasse die dritte aufnahme die dritte aufnahme ja das dritte mal in der aufnahme ja genau der immu da kommt immer auf und zu gerannt der kann ja nichts der immu da war der immu da woanders hin gerannt jetzt kommt der immu da jetzt kommt der immu da jetzt kommt der immu da da gibt es nicht mehr die 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 scheiße müssen richtung osten ich würde sagen da hast du die halbpächer getötet hast du genau die berlin ich wollte natürlich so machen das wäre gegen meine ehre weil wir wieder auf der map in wir wollen nur laufen und dann bedient und geht noch eine halb suche oder drei wasserteufel brauche ich auch noch okay machen wir jetzt sterben dabei aber hier ist sogar ein wasserteufel alles klar und rot eins von drei nachladen oh ja wusste doch dass er nur noch seine bild ich guck mal hier nicht andere seite vermutlich noch richtig hinsetzen ja jetzt ist entspannt panik panik vorbei blute panik da ist noch ein hund und der map verfasst alles für die ep für die ep mir die linke strecken ja ein bisschen spoiler schluss ist ja auch manchmal wichtig sagt man auch nicht vergessen zwei wasserteufel noch machen wir jetzt werden kommt bis kein spieler mehr obwohl wenn ihr keine anderen spieler mehr während mittlerweile irgendwo stehen dafür die letzten beiden sind derzeit gibt die anzeige gibt es nämlich die kenne ich was soll ja dann das abhauen können wir in der nächsten runde machen es lassen sich spießrunden laufen so nach hause bringen ich guck noch mal das ist aber nicht alles gut und da war und da war und da ab in den süden da wird nämlich gefrühstückt nach bremen ja nicht in den jemen nicht in den jemen geil boom so ein großer Feuerballjunge hast du ein immo getötet? ne der war ein Fass macht doch mehr ernst feier heiß pferde brennen los du hast die pferde angezündet die uns weg bringen ich bin halt bad ass und wir haben schon wieder spießrutenlauf gemacht ja das ist heftig ja heftig hat sich aber mega gut ergeben ja ne das ist genau nebenan war vor allem dass sie sich auch getrennt haben aus dem grund auch immer das war halt mega auch so das war einfach für uns war das geil der eine war im Wohr der andere war dann konnten wir dann gut wegschrecken ich hab den einmal gehittet und nachgeladen dann hat er mich mal getroffen aber mit seiner komischen Waffe mit seiner Silence er macht natürlich weniger Bummen als mit der geilen Kettbewerden ja weniger Schaden ja auch so und der andere war halt mega deinem Nachteil der war dann der hatte dann Hunde auf sich gehetzt du kamst von der einen Ecke ich kam von der anderen er musste sich um alles kommen der war natürlich zuviel für den Klaus Eggert jawohl Junge Kervis O'Donnell 13 Hunde haben wir getötet ein Wasserteufel ein Fleischknopf haben wir auch noch getötet genau ich bin durch mal ein Level 2 Spieler ein Level 3 Spieler das hat für uns kein Problem ja ich glaub der zweite war das ja ich glaub der zweite war das der erste sah Level 2 mätig aus der anderen sah heftig aus ja krass und wir mit unseren Free-Charakteren so haha der muss ja mega im Arsch gekniffen haben weißt du Level oder Stufe 3 Charakter wird dann von einem Stufe 1 Charakter gemäuchelt ja da sogar für 2 ja genau das ärgert mich Jungen so lebt das der Hase Level 20 und fast Stufe 62 ja Rang 62 das ist ja perf perfekt alter ja ich bin jetzt Stufe 60 ja Mitte 60 bin ich jetzt Mitte 60 aber bald 61 heftige Scheiß ich hab den Deutsch 96 freigeschaltet durch mein Level ab ich bekomm als nächstes du starker deutscher Prototyp eine halbautomatische Pistole mit anderen zehn schüssigem Magazin das von offen geladen wird oh hab ich gut gemacht ne hast du gut gemacht ja ja du hast die beiden Kills gemacht ich hab keinen Kills dazu gekriegt das steht halt jetzt noch oh egal egal ist ja nicht so dass sie an im Endeffekt machen wir sowieso mal unser Team jetzt hab ich wenigstens aber auch ausgelöschte Teams 9 ja stimmt aber dann hab ich ja 10 jetzt 10 ausgelöschte Teams zehn ausgelöschte Teams z diese Angeber Hallo es ist Sven und Mann wenns euch gefallen hat lasst' ein Like da ähm am micro in眼 gives no apples is a good video was ihr Was auf euch auch zugeschnitt ist Lass ein Abo da was euch gefallen hat unterstützt und gerne damitbig wenn sich wieder Godlike-Reben leisten kann. Und hauptsache rein. Ciao. Ciao. Ciao.